Servus Leute, ich bin da Sip. Heute gibt es einen weiteren V-Live-Vlog und ich bin noch bei der Frankfurter Main, weil ich bin heute diesem Haus noch. Aber heute geht es um eine Anfrage über Planung. Und zwar ab morgen kommen wir bauen für sie über Minecraft-Totail und das zeigen wir euch morgen, wann ich hochgeladen. Am Donnerstag kommen drei verschiedene Autobahnfahrt-Videos. Einmal die A3, A9 und die A99. Alles klar, ich weiß nicht, wann ich hochgeladen, aber das zeigen wir euch bald. Alles klar? Und am Sonntag zeigen wir euch die V-Live-Vlog über besondere Gelegenheit und das zeigen wir euch bald, wann ich hochgeladen, aber deswegen kein Problem. Alles klar? Und das kommt und das sind diese. Wir sehen uns bald im weiteren Video. Danke fürs Zuschauen bei HiSiebKlazi und ciao Leute und habt einen schönen Tag. Und da wir sehen uns bald a